Hallo! Hallo! Diese plötzlichen Schnitte von dir, die haben mich etwas überrascht gehabt. Ich habe das Gefühl, dass da unten was drin ist. Lass mich fallen. Ja, ich versuche es. Ich habe das Gefühl, links in der Wand. Links in der Wand? Nein. Ich habe das Rätsel gelöst, dort ist nichts. Okay, vielleicht aber dazwischen, hier so, links und rechts. Da komme ich gar nicht runter bei zwei, okay. Nein! Ich brauche trotzdem noch die Brücke. Ach, Quatsch. Okay, jetzt kannst du. So. Dankeschön. So, was geht denn hier ab? Ach, es ist schön, mal neue Levels vor sich zu haben. Fühlt man sich gleich viel unwissender. Habe ich auch. Du schaffst das? Äh, ich prüle mich noch ein bisschen mit den Katzen. Okay. Aber sie werfen mich in die richtige Richtung. Okay. Ich hatte den einfachen Weg. Du behältst deine Flügel recht lange, wie es scheint. Ja. Ich nutze sie auch nicht. Wo bin ich? So, dahin. Ob da oben rechts was ist. Ich dachte gerade, deine Flügelfedern sind Stachel. Ach, jetzt haben wir das Level geändert. Jetzt geht's hier lang. Bin mal gespannt, ob wir uns mit den Flügeln von mir noch irgendwas schön einfach machen können. Äh, ich hab mir schon neue Flügel geholt, also... Hier gab's neue? Man konnte wieder hier nach unten gehen. Ach so. So. So, wir haben aber eh alles. Darum bin ich auch schon im Ziel. So. Wunderbar. Und um den Zuschauern eine Freude zu bereiten, werde ich nach dem nächsten Level erst den Kopf wechseln. Damit bereitest du ihnen eine Freude. Ja, weil ich dann neue Edelsteine habe für neue Köpfe. Oh ja, ab jetzt krieg ich ja wieder. Stimmt, da war was. Und ich bin am überlegen, die Kreisköpfe jetzt auch zu kaufen. Erstens, weil sie günstiger sind noch. Und zweitens, wegen Mopskopf. Weil viele schon meinen Hundekopf als Mopskopf bezeichnet haben. Aber die sollen einen echten Mopskopf sehen. Ich sterbe hier übrigens gerade irgendwie ziemlich oft. Das machst du aber trotzdem super. So. Waren das echt schon drei Edelsteine? Ja. Ich habe aber das Gefühl, du musst jetzt zurückkommen. Okay, bin da. Und jetzt nach rechts lang. Ach so. Ich habe erst nicht so weit gedacht. Ich wollte einfach erst mal warten, bis du bei mir bist. Jupp. Aber ich finde das eigentlich doch ganz lustig. Das mit dem Hochziehen ist gut gemacht. Und da können wir lang und da können wir lang und da unten können wir lang. Ähm. Schaffen wir das mit meinem Wurf? Probier's aus. Nein. Ohne Worte. So. Ich nahm dich auch noch in den Tod. Ja. Das kann ich doch... Muss ich bestimmt mal öfters nutzen. Das ist total die coole Möglichkeit, irgendwo hochzukommen. Wenn ich mich so hochkatapultiere. Ich habe mich so hochkatapultiert. Wo können wir es nicht um die Katze? Habe ich gehört. Um. Beide. So. Ich habe eine gelasert. Ah ja. Nein. Da brauchen wir unsere Wurfkünste. Würde ich mal sagen. Und du machst dann, dass der Stein auf den Knopf drückt. Und dann ist auf einmal alles offen. Wie zum Beispiel ein Rückweg. Oder ein Weg nach unten. Ich hänge dann einfach mal so ein bisschen hier ab, ne? Ähm. Ich sehe schon was. Hi. Das war alles? Ja. Das war spektakulär. Aber dafür können wir jetzt hier lang und da sind Pferdis. Die leider keine sonderlich coole kommen. Ah. Und er hier. Okay. Geh deinen Tofu-Horse. Und let's go. Ach. Jetzt weiß ich, wie man hier auch durchkommt. Ich hätte eher Schweine genannt eigentlich. Aber. Nicht gegen das Feuer. Okay. Was? Da war ein Edelstein? Ja. Den hast du eingesammelt. Der war hinter dem Baum noch versteckt. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich wollte da nur hochgucken. Aber ich habe ich gut gemacht. Das ist so nah, dass ich es probieren kann und es schmeckt gut. So. Shopping. Du, dann laufst du diesmal zuerst Kreisköpfe Okay Meintest du nicht, die wären billiger? Scheinbar, weil ich eine Menge an Köpfen habe, kosten bei mir mittlerweile alle 15 Warte mal Das sieht man ja, wenn man dran geht Dann siehst du oben direkt eine Zahl Bei mir kosten alle 10 Bei mir haben erst die Viereckigen noch 15 gekostet Also bei mir kostet es 10 Bis auf den hier inzwischen Mehr davon Okay Okay Hey, den habe ich auch Cool Das erste kommt, den wir doppelt haben Die Handgranaten Hast du jetzt alles? Nein Immer noch nicht Okay Fehlen aber nur noch ein, zwei Sachen So Jetzt sind sogar die Türen bei mir verschlossen Die darauffolgenden Schauen wir uns ein paar sparklige Gäste? Nein Das geht nicht Was denn? Achso Falsche Falsche Waffe Äh, ich denke da rechts wird der Secret Level sein Das Secret Level Nicht der Secret Level Wie willst du da hin? Unten rum Wie komme ich unten lang? Damit Okay Wie sollen wir da schnell genug sein? Wir brauchen einen Stein Da oben lag doch ein Stein, oder? Ja Wir müssen den Stein Von da oben Durch das gesamte Dieser Bug ist grässlich Ich mach das mal Ja, bitte Das ist wirklich grässlich So Jetzt nehme ich den mal mit Damit es schneller geht Und Da rein Perfekt Werde das erwartet Noch mehr Fischis What the fuck Okay Du darfst einfach Nachdem du abgesprungen bist Nicht mehr wirklich was drücken Bei den meisten Ja Links ist noch einer Von dem, genau Ich will aber das Wollknall Das krieg ich so Jetzt den Und dann haben wir alles Wunderbar Das sollte aber eine Plus sein Auch wenn's total Unkoordiniert war Also wie gesagt Die waren immer Plus Die haben glaube ich Ein Zeitlimit Von 30 Minuten Oder so Kommt mir auch so vor Ja gut Wir haben die auch Immer recht schnell fertig Und interessant Dass du schaltest Mit dem Bonuslevel Trotzdem das nächste frei Ja Obwohl wir hier nur ein C haben So Aber war jetzt hier hinten Noch was Wahrscheinlich der Weiterweg Der Edelstein War dann da oben noch was Da war der Stein War dann nur der Stein Soweit ich das gesehen hab Ja Außer wenn's Den Geheimweg da rein gibt Dass man noch Ebenstein bekommen Ist hier hinten noch was Nein Was hast du denn jetzt gemacht Ich bin da hinten gespawnt Nachdem ich hier In die Kanone reingesprungen bin Genau irgendwie so Diese Ungeduld von mir Sie wird immer und immer wieder bestraft Was Steini Ah du sollst mich da oben langwerfen Okay Ich brauch dich Am besten auf den Doppelstein So ich werfe dich Jetzt bin ich wieder hier Genau jetzt kannst du wieder zu mir rüberkommen Und dann ins Happy End Happy End Kommst du da rein Okay Oh Gott Okay Das sah cool aus Das nicht Wo bin ich? Da bin ich Okay Man kriegt die echt gar nicht kaputt Vielleicht mal mit den eigenen Raketen oder so Also mit meinem Mit meinem Boomerang auf jeden Fall nicht Äh ich bin schon am Ziel Haben wir schon alles? Ja Wir haben alles Wieso geht das auf einmal so schnell? Weil wir nicht mehr diese Zeitlimitlevel haben Wo wir denken müssen Also irgendwas läuft schief Vielleicht sind wir einfach zu gut für das Spiel Dann hätten wir hier trotzdem A plus Stimmt Ich möchte hier lang Du möchtest da lang Mal gucken wer recht hatte Ah Okay Keiner von uns Aber da muss ich dich werfen Sicher dass das da nicht der richtige Weg ist? Das stellen wir gleich heraus Aktiviert den Stein Und dann drehen wir um Stein aktiviert Hm Guck mal ob du jetzt durchkommst Ne Okay Ich äh setz das mal zurück Ja Und wir gehen bitte nach links Danke Da Ah es war ein Edelstein Für mehr war das nicht Ja ich konnte nicht viel machen Schön Entschuldigung Auch Also gerade geht alles so ein bisschen Hier durcheinander Das ist jetzt Ich hab vergessen dass dieses rosa Zeugsein so ein bisschen stoppt Ich Gerade hast du dich noch beschwert dass es so flüssig läuft Und jetzt sterben wir nur noch Dankeschön So ähm Äh Da muss man werfen Aber kommt mir nicht lange auf den Knopf Pass auf Flieg Warte Jetzt Jetzt bleibst du da stehen Ich sprinte Ich jogge Besser als jedes Fitnesscenter Gut Ich schau dass ich da durchkomme Irgendwie sicher Mit das Eieieiei Verschwinde Jetzt zieh ich den da drauf Okay Ich weiß jetzt nur noch nicht Jetzt hat es da hinten das Zeugs Aufgemacht Edelsteine Unten rum ist Fragezeichen Weg Okay gehen wir Fragezeichen Freg Ja Wo bin ich Wo bin ich was ist hier los In der Secret Welcome to Secret Au Okay der Knopf fährt es hoch Drückst du den Knopf dann wenn ich drauf stehe Getimed und listen Oh Oder wir fahren die Plattform einfach direkt hoch und du wartest oben Ich habe das Gefühl das ist ein viel bessererer Plan Wieso fahren wir die überhaupt hoch Damit wir da rankommen Nein ich habe dir doch extra die Hand hingehalten Ich komme doch nicht so hoch Was Wofür ist dann der hier Ach der fährt es auch hoch Ja So holst du mich Okay Was ist da links Du hast doch bestimmt Mein Zahn So die Katze ist tot Was ist da mit den Unsichtbäumblöcken Die machen einen Heidenlärm Ich habe ihn noch umgeguckt Äh Wot der Oh Wie cool das ist Kommt wie an dem aus den Teleporter In so ein Ball raus Beende es Ich sehe mich nicht So Und wir haben wieder alles bekommen Ja hat geleuchtet Sonst wäre ich nicht direkt ins Ziel gesprungen Wunderbar Was Das ist bestimmt das Geheimnis Oh Erstmal aus Frust Ich lock mal das Viech darauf Äh warte Ich muss gerade mal niesen Glaube ich Oder auch nicht So Jetzt wirfst du mich Okay Und jetzt raufst du die Brücke Guck Knapp Okay Das Viech ist immer noch auf dem Schalter Das ist jetzt glaub ich irre Blöblblblb supplements Blöblbl 블� breblblbl Blöblblbl Blöblblbl Blöblblblblbl povo Sag das doch mein gleichköpfiger Kollege Aua Blöbl Odyssey Ich muss einfach hochschubsen Das war vielleicht zu viel. Ich wollte pfüfflich sein. Das ist vielleicht eine Stelle, da jag ich mich einfach mal ganz freundlich in die Luft. Ja, Steine schlagen mich gerne. Gerne. Komm ich schon hoch? Ich hab hier einen Bug. Die schlagen mich immer ein Drittel der Zeit. Du kannst da schon hoch. Der Dreierstapel reicht. Nein. Doch. Okay, der Stein hat dir recht gegeben. Eieieiei. Das sollten diese Stachelschilder heißen. Die dezent darauf hingewiesen haben. Warte. So. Nein, nein. Ja, Schilder lügt mich halt noch an, dass sie überall Stacheln sein sollen. Und erst mal sagen... Au. Da sind Stacheln. Okay. Der Schummel. Was ist passiert? Nein, Pummel. Ja, du wirfst ihn in den Ventilator. Das kann ich auch mit meinem Energieball. Ich drehe dann einfach vor mir um. Ich hab ihn übrigens mal ausgemacht. Oh, okay. Wir hätten übrigens einfach den Block da aktivieren können. Egal. Oh Gott, das war knapp. Ist da unten was? Au, da ist doch bestimmt unten was. Das ist ganz eindeutig was. Was, wenn man da runterfällt? Ah, okay. Will da hin. Diese Spawns sind teils wahnsinnig fair. Ja, guck in die falsche Richtung und jag uns beide in die Luft. Da ist die Sackgasse. Ich brauch dich hier. Sicher? Ja. Danke. Möchtest du in den Teleporter reingucken? Oh. Okay. Der bringt dich einfach wieder runter. Warte. Ja. Wollte dich grad noch holen. So. So, dankeschön. So. Aha. So, jetzt schicke ich dich da hoch. Ich kann auch hüpfen. Lass dich einfach, ich wollte grad sagen. Wie komm ich an den Stein da ran? Also, das ist klar. Nee, ich muss jetzt nicht, äh, hier schauen, dass ich schneller als der Stein da durchkomme, oder? Oben auffangen. Oben auffangen? Oben auffangen. Ich glaub, der schlägt mich eher durch die Geschwindigkeit, die Art. Okay. Sorry, ja. Nein, der Stein sollte jetzt... Ach, das ist ein Stein. Okay. Hab einen Stein gefunden. Gratulation. Yay. Yay. Aber das oben auffangen, das sah jetzt auch von dir weniger absichtlich aus. Ich bin auf den Stein draufgesprungen und er ist angehalten. Ich bin auf den Stein draufgesprungen. Ich bin auf den Stein draufgesprungen. Ich bin auf den Stein draufgesprungen. So. Zeitdruck. Ähm. Folgenwechsel? Geht klar. Folgenwechsel. Beim nächsten Mal neue Köpfe, neue Action, neues Alles. Ich könnte mir neue Köpfe kaufen. Bis zum Folgenwechsel. Bis dann. Bis dann. Bye. Vielen Dank.